Hallo und jetzt komm hier wieder bei New Journey Release, hier heute mal wieder mit einem neuen Video. Und ja, ich hab in den letzten Folgen gemerkt, dass die Spielsachen, Spielsachen, dass die Spielaudion ein bisschen asynchron war. Das lag daran, an dem, äh, im Spiel, an dem Unfall, wo Drell und, äh, Jamie mit dem Auto zusammengeprallt sind. Da wollte die Capture-Cutte irgendwie nicht mehr richtig und, ja, jetzt geht's wieder synchron weiter. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Ist sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Okay. Was ist hier denn da? Na los. Nein, da musst du nicht so schief da rum. Konnte die auch eigentlich normal durch. Okay. Ähm. Achso. Dreieck. Äh. 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 Okay. Fick dich. Scheiße. Mein Controller ist leer. Äh. Ich warte aber jetzt nach ihm. Wer wartet am Treffpunkt auf uns? Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, wie können wir dich in ein paar Stunden ab? Eddie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Das klang aber sehr zustimmend. Wartet mal. Da vorne ist eine Patrouille. Okay. Wir können. Kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Okay. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Okay. Das sieht aber cool aus. Oder nicht? Ich finde das sieht cool aus so. So ein Regen. Irgendwie werden die Klamotten nicht nass. Beziehungsweise die Haare auch. Wenn es so regnet, ich glaube, da ist man komplett klatschnass. Hier geht's lang. Okay. Der Sound-Effekt. Ich bin bereichsatt. Das ist geil. Jetzt bloß keine Dummheit. Los. Umdrehen. Auf die Knie. Du scannst sie. Ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez auf Sektor 12. Erbitte Abholung von drei Flüchtigen. Verstanden. Siehe es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lieben. Na, stell. Ich hab genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Scheiße. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Oh mein Gott. hat Marlin uns verarscht? Ja. Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein. Und das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist drei Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in zwei Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist drei Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaub es nicht. Scheiße. Tess. Lauf. Lauf. Los. Los, komm. Reagional, das. Scheiße. Weitere Uniform. Wir nach. Schnell. Oh, Tess. Okay, Ellie. Auf mein Signal laufen wir. Signal. Lauf. Okay. Nicht so schwer. Lauf. Du läufst ja selber nicht. So. Bleib von dem Licht weg. So, ich geh mal drunter. So. Hör drücken. Ellie, wir müssen nochmal laufen. Bereit? Klar. Ja. Verdammt, wir sind überall. Yep, das sind sie, Ellie. Wir sind ähnlich überall. Verdammt, wir sind da. Ich seh sie, ich seh sie. Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Hm. Bleib zurück. Ich kann da unten nicht sehen. Sind sie wirklich hier langgekommen? Das ist unsere Aufgabe. Also weiterhelfen. Da unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Lauf bei Joel. Okay. Ganz langsam. Das war echt eng. Ist hier lang? Ist hier jemand? Hörhörhör. Okay. Ich habe das. Muss ich hier wo lang? Siehst du irgendwas? Ich bin klar hier. Wie siehst du da vorn? So weit, so gut. Okay. Lauf mal runter. So. Was hat da ein Blätter? Das sieht aus wie Blätter, ja. Wir waren da ein bisschen confused. Ich gehe erst mal duschen. Das geht ehrlich. Okay, man kann duschen gehen in The Last of Us. Wenn man nicht duschen geht in Real Life, kann man in The Last of Us duschen. Ich kann welche hören. Ich kann welche hören. Moment. Mist. Runter. Los, los. Wo soll ich denn hin? Wow. Los, los. Wow. Okay, zwei sind da. Ich habe Ziegelstein. Ich, ich, ich habe Angst. Ich werde es natürlich auch versuchen. Die mitnehmen. Nein, 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 nein. Ja. Nein. Scheiße. So. So. Arschloch. So. Durch bin ich auf jeden Fall. Ich bin wieder Ziegelstein in der Hand. den Dieb in mich zur Ziegelstein. Hier können wir durch. So gut, er kann Joe. Halten. Komm. Komm, Ellie. Wir durch. Okay, dann einmal runter. So. Das hat man nicht gehört. Mist. Noch eine Patrouille. So es geht in Deckung. Was. Oh. Es sind so viele hier draußen. Wie sollen die da vorbeid kommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir aus dem Raum. Ihr seht aus. Und zu wie ihr es ist. Oh Mann. So, da hat man jetzt... Wow. Rudi. Kann Tess eigentlich sterben? Eins. Was ist los, Mann? Oh. Schon. Oh Mann. Du bist erledigt. Du bist erledigt. Arschloch. Nein, du bist erledigt. Arsch. So. Ich will noch. Hä? Kommt hier hin. Du willst was? What the fuck? Warum haben wir an den Stein nicht gehört? Man hat echt den Stein einfach gar nicht gehört. Aber man... Man hält das schlagen. So. Ich muss sagen, einmal hier rum. Hier durch. Und dann... Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet es hier nicht. Okay, ich muss mal einen kleinen Test machen. Ja. Ist noch synchron, oder? Moment. Ja. Ähm. Ich werde das nochmal im Testen, bevor ich jetzt, äh... Ja, das unseren Kronen habe und das scheiße ist. Deswegen, ich teste das alle 15 Minuten mal, oder so. Und... Ich will auf, das stört nicht. Sondern ich wollte... Hier müssen wir durchpassen. Hier möchte ich manchmal die Capture-Karte nicht richtig. Und dann... Wo wollen wir durchpassen? Warte. Oh, meinst du hier? Nicht? Okay. Ich habe keinen Plan, wo du meinst. Ach da. Hä? Habe ich gar nicht gesehen. Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Das Ziel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und sexuelles Gericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstand. Für den Vorzeugen. Ha. Bleibt im Dunkeln. Gehen jetzt einmal rüber. Was habt ihr im... Ah, okay. Scheiß drauf. So. Ich glaube, man kann hier vorbei. Okay. Wir müssen was zu essen, trinken. Extra kauen. Bitte, bitte, bitte. Ja. Option. Ist sie sicher? Nein. Sie sind noch da. So. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Yep. Sie nach, ob hier irgendwas brauchbares ist. Durch gerade. Na klar, Boss. Ein paar Waffenteile. Beziehungsweise ein paar Teile. Wie kann ich einfach was upgraden? Ich weiß es gar nicht. Nein, damit kann ich... Okay, ich habe geguckt, ob was brauchbares hier ist. Wir waren ein paar Teile und... Ja. Ein Verbandskasten. Verbandskasten? Bin ich behindert? Ein Kasten. Nö, ich muss wissen... Jess, hier lang durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Ich will zoffen. Bleib dicht dran, Annie. Okay. Jo, wir kommen durch. Oh, 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 oh. Warte, warte. Loth. Tommy, die rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Ihr habt gehört. Aufladen. Los geht's. Na los. Weiter. Gehen wir durch, ja. Hier haben wir durch. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marleen, sie... Sie sagte, sie... hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heimmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor Ort, Tess. Und das... Das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann. Ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Erst wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe.